Reallöhne in Deutschland sinken. Inflation Hauptursache für den Rückgang der Reallöhne. Drittes Jahr in Folge mit sinkenden Reallöhnen. Die Hohe Inflation führt dazu, dass die Reallöhne in Deutschland immer weiter sinken. Das dritte Jahr in Folge. Im Vergleich zu 2021 sind sie letztes Jahr um 4% gesunken, wie der Statistische Bundesamt mitteilte. Der stärkste Rückgang seit 2008. Ursprünglich wurde für 2022 mal einem Rückgang von 3,1% gerechnet. Reallöhne spiegeln die Entwicklung der Kaufkraft wieder, da die Preisentwicklung mit den Löhnen ins Verhältnis gesetzt wird. Neue Berechnungsvorlage seit 2022 umfasst auch kleinere Betriebe. 2020 und 2021 gingen die Reallöhne jeweils um 1,1% zurück. Der erhöhte Rückgang 2020 liegt vor allem an der neuen Berechnungsgrundlage seit dem Jahr 2022, bei der auch kleinere Betriebe erfasst und alle weiteren Beschäftigungsarten neben Vollzeit und Teilzeit abgebildet werden. Die Brutto-Monatsverdienste der Arbeitnehmer. Sonderzahlungen mit eingeschlossen stiegen lediglich um 2,6%. Die Verbraucherpreise stiegen aber im Durchschnitt um 6,9%. Deutlich mehr als die Löhne. Auch 2023 weiterer Rückgang der Reallöhne erwartet. In diesem Jahr rechnen die Experten ebenfalls mit einem weiteren Rückgang der Reallöhne wegen der weiter anhaltenden Inflation. Die Bundesregierung rechnet 2023 mit einer Inflationsrate von 5,9% und 2024 mit 2,7%. Erst 2024 also könnten die Reallöhne dann langsam wieder steigen, wenn alles gut läuft und alles klappt. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Vielen Dank über ein Like, einen Kommentar. Wie sehen Sie das? Wie stark sind Sie davon betroffen, dass die Kaufkraft so stark abgeschmolzen ist? Das würde mich sehr interessieren. Bleiben Sie mir gewogen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Dankeschön. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.